Und bevor wir in unser Viererfinale starten, wollte ich noch einen Text machen, um euch aufzuwärmen. So einen Slam-Text. Aber ich habe jetzt keinen Text. Ich habe keinen Text, weil man einen Text für einen Poetry-Slam nicht einfach so textet. So einen Text für einen Slam zu schreiben, das ist ein Projekt. Ein richtiges Projekt. Heute ist alles ein Projekt. In der Grundschule den Kindern beibringen, dass man Kartoffelbrei auch aus Kartoffeln machen kann, ein Projekt. Dein Nachbarnagel aus einem Haufen Bretter an Gartenhäuschen zusammen, ein Projekt. Heute ist alles ein Projekt. Bei einem Projekt, da musst du erst mal wissen, was du wissen musst, damit es überhaupt funktioniert. Und das Wissen über das Wissen, das muss man managen. Das ist ein Projektmanagement. Da braucht man Ideen. Ideen, das sind Gedanken über neue Gedanken. Wenn du keine hast, Brainstorming. Das ist so ein zwangloses Gedankenerzwingen. Aus den Gedanken machst du dir dann eine Mindmap. Und da brauchst du ein Konzept. Ein richtiges Konzept. Und aus dem Konzept machst du dir eine Roadmap. Und auf die Roadmap, da setzt du Milestones. Das sind so Ziele zwischen den Zielen. Das sind so Zwischenziele. Und da brauchst du Mitarbeiter, Projektmitarbeiter. Denen weist du Kompetenzen zu. Als Projektmanager hast du nämlich die Kompetenz, Kompetenzen zuzuweisen. Da hast du Kompetenz, Kompetenz. Und da hast du alles Mögliche. Mindmap, Roadmap, Milestones, Kompetenz, Kompetenz und Kompetenz. Aber da hast du doch keinen Text. Da hast du doch keinen Text, weil Kompetenzen keine Texte schreiben. Kompetenzen machen überhaupt gar nichts. Kompetenzen, die sind einfach nur kompetent. Und damit so eine Kompetenz was tut. Damit die einen Arsch hochkriegt. Da hat man sich was vollkommen Bescheuertes einfallen lassen. Man definiert der Kompetenz eine Leistung, die sie zu erbringen hat. Und dann fordert man diese Leistung ein. Indem man mit ihr eine Zielvereinbarung trifft. Was das für ein Quatsch ist. Daran scheitern Projekte. Was das für ein Quatsch ist. Und wie das überhaupt nicht funktionieren kann. Das kann man als Mann erklären, wenn man eine Frau und einen Mülleimer hat. Mit einer Frau und einem Mülleimer kann man erklären, woran Projekte scheitern. Da kommst du als Mann in die Küche. Das ist die natürliche Umgebung von einem Mülleimer. Und da ist deine Frau. Und jetzt passiert das, was auch in Projekten passiert und woran Projekte scheitern. Deine Frau sieht dich, Mann. Und denkt, Mann. Was machst du hier? Ist doch gar nicht dein Kompetenzbereich. Und dann zieht die den Mülleimer. Müll. Mann. Müll. Mann. Erteilt die dir eine Kompetenz. Müllmann. Da kriegst du eine Leistungsdefinition und eine Zielvereinbarung. Wenn der Müll voll ist, dann bringst du Mann, Müllmann ihn raus. Du hast schon immer den Müll rausgebracht. Schon immer. Mit Freude. Und mit Freude bist du wieder reingekommen. Und dann hast du dir gesagt, Schatz, ich habe den Müll rausgebracht. Dann hat die sich auch gefreut. Aber damit ist jetzt Schluss. Nie wieder wirst du mit Freude den Müll rausbringen, weil es von ohne an deine verdammte Pflicht ist. Leistungsdefiniert und zielvereinbart wird es von dir erwartet. Erwartungen kann man nicht erfreuen. Kann man bestenfalls erfüllen. Aber wenn du es einmal vergisst, nur ein einziges Mal, dann wird man enttäuscht sein. Weil du es nicht gebracht hast. Und dann herrscht dicke Luft. Dicke Luft im Mülleimer. Dicke Luft in der Küche. Und dicke Luft in der ganzen Wohnung. Es wird auf deine Arbeitsmotivation und deine Arbeitsfreude Einfluss nehmen und auf dein Leben. Auch auf dein Sexualle. Und jetzt habt ihr eine ungebärte Vorstellung davon, weshalb ich keinen Text habe. Und bei einem Ein-Personen-Projekt wie einem Poetry-Slam-Text, da ist das alles noch viel schwieriger. Da machst du alles alleine. Da machst du die Mindmap, die Roadmap und die Milestones. Da hast du die Kompetenz und die Kompetenzkompetenz. Du bist der, der die Leistung definiert, die Ziele vereinbart und die Leistung einfordert. Und du bist der, der die Leistung erbringt. Und du bist der, der enttäuscht, wenn er sie nicht bringt. Und du bist der, der enttäuscht ist. Kann ich gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von mir bin. Ich habe ja keinen Text. Und das wäre ein Spitzentext geworden. Ein Spitzentext über ein geiles Zwei-Personen-Projekt. Ein Text, der von ganz alleine, von ganz alleine im Kopf entsteht, wenn man einfach nur den Titel des Textes hört, wenn man weiß, woran Projekte scheitern. Und da ihr das jetzt wisst, da ihr jetzt wisst, woran Projekte scheitern, reicht es ja, wenn ich euch den Titel sage. Der Titel meines Textes lautet Weshalb Projektmanagement scheiße ist, nach dem Beispiel von Sex. Danke schön.